15 Jahre? Was hast du so die letzten Jahre getrieben? Ach komm, ist doch uninteressant. Nee, erzähl doch. Das kann aber dauern. Oh, ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen. Aber danach. Hast du Lust auf Romy? Ja, Romy. Na, musst du jetzt heulen? . . MARK . . . Ich wollte aber nicht. Und dann? Schön, er hat mich festgehalten.